. Oh, laufen wir schon? Ja, sorry. Gute zusammen, hier sind die 05er-News in der englischen Woche. Und ich hab grad noch mal bisschen im Stadionheft vom Eintracht-Spiel geschmökert. Schaut mal, wer der Coverboy war. Robin Kwaison, alter Schwede ist der abgegangene Typ, oder? Ich wollte die drei Punkte. Die ganze Mannschaft, die Fans, der Staff, ihr, ich denke, alle wollten den Sieg. Und wenn man zweimal in Führung geht zum 1-0 und 2-1, dann will man am Ende die drei Punkte. Das 1-0, das hat bundesliga.de rausgefunden, war übrigens das erste von insgesamt sieben Bundesliga-Toren. Dass der Robin mit links gemacht hat. Und dann gleich so einen Strahl kann man mal machen. Ja, natürlich hätten wir das Spiel auch gerne gewonnen. Aber unterm Strich bleibt, dass das 2-2 am Ende dann doch eher in Ordnung ging. Eben weil beide Mannschaften noch die große Chance aufs Siegtor hatten. 80. Minute Zucker passt in die Latzer. Und Jean-Paul Boetius scheitert an Eintracht-Keeper Kevin Trapp. Dann in der Nachspielzeit plötzlich Ante Rebic frei vor Robin Zentner. Aber der hält mit einer Monsterparade dann den Punkt fest. Eines der besten Spieler in dieser Hinrunde, die wir gespielt haben. Gerade in der ersten Halbzeit, denke ich, war es ein Spektakel. Es ging hin und her. Schade, dass wir uns in der zweiten Halbzeit dann nicht mit einem Tor noch belohnen konnten. Aber nichtsdestotrotz haben wir ein super Spiel gemacht heute. Ich denke, jeder der im Stadion war, der bereut es nicht. Und eine schöne Geschichte noch am Rande, das Comeback von Riedle Baku in der Schlussphase. Ich kam am Ende noch rein und das war natürlich ein wunderschönes Gefühl. Aber nichtsdestotrotz wollten wir das Spiel gewinnen und sind deshalb noch ein bisschen traurig, dass wir nicht gewonnen haben. Naja, aber immerhin, wir halten mal fest. 15 Mal hat die Eintracht dann jetzt bei uns versucht, ligaübergreifend. Sechs Mal dabei verloren und jetzt also das neunte Unentschieden. Die können einfach nicht bei uns gewinnen. Ist einfach so und es bleibt auch erst einmal so. Bleiben ist übrigens ein gutes Stichwort. Ruven Schröder hat seinen Kontrakt als Sportvorstand bis 2022 verlängert. Ich bin natürlich dem Aufsichtsrat sehr dankbar für das Vertrauen in meine Person, dass sie frühzeitig mit mir den Vertrag verlängert haben. Es ist total positiv, fühle mich sehr, sehr wohl, fühle mich angekommen. Ich habe einiges noch vor im gesamten Team mit Stefan Hofmann, Jan Lehmann, natürlich auch mit dem Cheftrainer Sandro Schwarz. Und das sind wichtige Punkte, dass wir in der Struktur weiterarbeiten, fleißig sind und einfach Mainz 05 nach vorne bringen. Er verbleibt in der Bundesliga. Das ist ja unser Traum gewesen. Das ist unser Traum und den wollen wir weiter träumen. Und dafür brauchen wir einen Profi im Sportbereich, der uns auch hilft, weiter sich professionell zu entwickeln. Und er hat Ruven Schröder schon so viel gemacht und das ist für uns als Aufsichtsrat ein deutliches Zeichen. Er träumt mit uns mit. Wir träumen mit ihm und wir brauchen ihn auch. Eine große Leistung hat er vollbracht, die ich mal ein bisschen schmunzeln an der Seite sagen will. Ein Sauerländer, der sich in Mainz wohlfühlt, das gibt es glaube ich auf der ganzen Welt nicht. Und da hat er sich angepasst und das passt dann auch zwischen einem Sauerländer und uns Mainz an. So, auf geht's also in den Endspurt. Letztes Spiel des Jahres und gleichzeitig hin Rundenfinale in Hoffenheim. Wir haben den 5er News, die verabschieden sich schon mal in die Winterpause. Wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Die nächste Sendung gibt es dann im neuen Jahr. Aber ich gehe mal davon aus, man sieht und oder hört sich nochmal am Sonntag. Anstoß in Sinsheim ist um 18 Uhr. Bis dahin, macht's gut, wir machen für mich auch.